Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von platzhoch.tv oder wer es schon im Hintergrund erkannt hat, moin moin aus Hamburg. Heute eine neue Ausgabe zum Thema Super Event Location für ein Sommerfest. Und zwar schwenke ich mal ganz kurz rüber zur Cap San Diego. Die haben wir heute komplett geshartert, ist ein Museumsschiff und feiern hier mit knapp 700 Teilnehmern eine schöne Sommerparty. Die Gäste, die ihr seht, bedienen sich gerade am Barbecue und später wird im Bauch des Schiffes noch richtig abgetanzt und richtig gefeiert. Ja, was kann man sagen zur Cap San Diego? Ist auch ideal geeignet für Tagesprogramme, denn es gibt einen Hochseilgarten direkt im Schiff. Und du kannst auch mit deiner Firma ganz wunderbar so eine kleine Schmuggler-Tour machen. Das haben wir heute gemacht mit ca. 150 Teilnehmern. So, natürlich kann man hier auch richtig gut feiern auf der Cap San Diego. Die Sonne ist untergegangen, es wird jetzt ein bisschen frischer, dennoch ein super wunderschöner lauer Sommerabend. Und während noch viele Gäste oben am Deck sind und mit Blick auf die Musicals das Wunder von Bern und König der Löwen einfach noch ein chilliges Getränk schnappen, werfen wir mal einen Blick durch die Luke, die man öffnen kann, in das Innere, wo sich unten schon das erste Partypublikum trifft zum Abfeiern. Und das Nette ist, auf verschiedenen Ebenen, wie man hier sieht, wo über eine Bar ist, kann man locker den Abend ausgehen lassen oder natürlich auch bis tief in die Nacht feiern. Damit sage ich Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir irgendwelche Wünsche, Anträge, was ihr immer mal wissen wollt. Bis bald, euer Sascha Heider. Bye Bye.